moin willkommen zur dritten folge track mania wurde von ika und mir und ab geht's die post um die map bin ich schon mal gefahren sind ja das eis würde ich halt schicken wie sonst was ach du das nervige ist eigentlich das eis und danach der speed 15 da ja ich die erste eiskurven die muss man gut nehmen dann kommt man auch sauber unten raus deine katze will uns irgendwas erzählen habe ich gehört ja ok was ok ja 43 40 platz also 43 platz platz 11 ich muss die stellen hier bloß gescheit kriegen ja das war jetzt eis technisch guter lauf nein da bin ich angeeckt das war nix mein letzter versuch jetzt kommt mein letzter versuch jetzt muss ich perfekt fahren dass ich wenigstens noch eventuell noch mal ein bisschen plus macht gut rausgekommen belastend aber gut ich bin gut rausgekommen habe 300 plus es könnte noch was werden siebenhundertstel plus fach ich verzweite nach außen geschlagen kann 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 top ten sehr gut ja noch platz den geschafft aber ich war damals so doof mich zu registrieren ach das ist die strecke oh ja das ist so eine bait strecke ich gibt den tipp fahrt nicht gerade aus also ist es also wie seit wann habe ich denn so gute skills traufe junge erster 5 dann habe ich trotzdem 30 und hinter mir also geradeaus fahren bringt es nichts einfach an der links dran vorbei grad aus wirklichen wohl und dann links durch den rings springen war durch diesen durch die schubbüsten noch nicht nämlich ein bisschen ausrichten Ok, da bin ich jetzt scheiße aufgekommen Bin immer noch Erster Naja, cool, wenn ich die Map als Erster machen würde, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich so gut bin Ne, Zweiter Einer hat mich überholt Saftsack Ich krieg dich noch Ja, das ist ja Assi Du musst halt hier extra Oh, wir haben 25 gefehlt Ah, der ist 4 Hundertstel schneller gewesen Ja, fick die Henne Wo hatten die ja 4 Hundertstel rausgeholt So jedenfalls Nein Nein Ach Mann, was mache ich denn da? Na super Was? Fünfter War gerade noch Zweiter Und auf einmal haben mich da ganz viele weggeboxt Oh, das könnte Jo, leckt mich Dritter Ich habe mich um 3 Hundertstel unter Boot Geil Das bleibt definitiv auf Top Ten Versuche ich jedenfalls Map ist noch eine Minute 30 lang Äh Was ist denn los mit dir? Das war scheiße Aber wie gesagt, pass auf, macht den Controller nicht kaputt Der gehört nicht dir Das da schon kannst du kaputt hauen Aber das solltest du vielleicht nicht unbedingt kaputt hauen Sag das doch nicht Der Typ guckt sich das an Äh, 4. Platz Grüße gehen außer dich, Martin Ich will Ich will auf meinen dritten Platz Oh ja Oh ja Der Flug war gut Das könnte eventuell Jo Erster Erster Ja Geil Ich habe den Adan am Hundertfünfzigstel unter Booten Das muss der jetzt noch packen Alter, wenn ich jetzt Erster mache Ich feiere das Ich feiere das jetzt echt Die Strecke habe ich dann so verkackt Wenn ich die gespielt habe, ne Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Lasst mich bloß auf dem Ersten Lasst mich auf dem Ersten Lasst mich auf dem Ersten Yes Yes Ach, leck mich doch am Arsch, Alter Ja Hab ihn Ist doch mal eine schöne Zeit Wo warst du? Ja 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 Ey Das sind alles so Maps, die ich jetzt schon mal irgendwo gesehen habe Wow Ja Ja Als ihr die nicht gespielt habt Durch meine Zeit, wo ich rumsaße, habe ich halt viel Trackmedia-Videos geguckt, weißt So, warum ich jetzt gerade nicht fahre Mir hat irgendein Idiot gerade geschrieben Mal gucken, wer mir schreibt Während ich hier Aufnahme mache Und Ähm So Zurücksetzen, Gas geben Aber da Das ist das Schöne, wenn man sich ein paar Oh, das war zu langsam Wenn man sich ein paar Tricks abgucken kann, wie man um diese Kurve rumkommt Ach ne, die Strecke bin ich auch schon mal gefahren Ja Definitiv Weil die andere bin ich auch schon mal gefahren Die kommen ja immer nacheinander Von der Reihenfolge her Weißt du, ich habe, glaube, so viel Trackmedia gezockt Und so viel Trackmedia geguckt in letzter Zeit Äh Du fährst viel zu hoch Du musst vorher abbremsen und rüber Du verlierst Zeit des Todes dadurch Du ich das Ja, weil ich dich jetzt gerade überhole Das ist äußerst Äußerst belastet Wieso? Man Ey, diese Kurve Aber mich an diese Kurven hier zu erinnern Ist auch noch so eine Sache, ey Oh nein, das ist die Schicht jetzt hier Siebter Kann ich auch erst mal mitleben Ja, das war jetzt mein erstes Mal First Place Trackmedia Seit ich Trackmedia spiele, ne? Tja Ist auch irgendwie belastend Oh, und angeeckt Ich glaube, das kann ich jetzt nicht noch mal besser machen, wenn ich angeeckt Ne, so langsam wie ich durch den Looping Wind vergiss es Bist du schon im Ziel gewesen? Ja, ich bin auf dem Weg Ach, schon wieder angeeckt Ach, leck mich doch im Buckel Sobald du irgend so aneckst Power weg Kannst du die Tonne klopfen Wenigstens habe ich die Die Halfpipe halbwegs unter Kontrolle mittlerweile am Anfang Super, wo habe ich das Minus jetzt schon Woran Wo habe ich jetzt schon wieder Zeit verloren, dass ich hier schon wieder auf Plus bin Ah, hier habe ich wieder 300. reingeholt Ah, und angeeckt Das war's Nächste Runde Deine Katze erzählt von deinem Alltag Und dass sie nix zu fressen kriegt, kann er sein Ähm, sie hat immer zufried Nein, ich kenn's doch, ich hab so selber zwei Katzen Der ist langweilig Ja, ich sag, die sagt jetzt gerade, ich bin mit mir, ich bin nicht dieses blöde Spiel Ja, meine zweite, die hat nicht so Bock Ah, wo habe ich denn jetzt schon wieder abgebremst, dass ich so viel verloren habe Tschüss, Bruder Leck mich Aber ich bin jetzt so langsam, um noch mal eine Position Plus zu machen Ja Ja, ich schaffe eh nicht mehr Wenn ich überhaupt, ich bin Ich bin schon wieder nicht, Mann Bist du überhaupt nicht mein Ziel oder was? So klappt das nicht Ja, ich bin schon wieder Ja, ich bin schon wieder Ja, ich bin schon wieder Ja, Platz 20 Ja, ich hab mich jetzt nicht mit Rum bekleckert unbedingt Vielleicht, äh, das muss ja Oh, fuck Ah, fuck Das ist die Das Stück Wenn man dran denken muss Ah, verdammt, das schafft man nicht Da schafft man schon, wenn man mit dem Gas gibt Wenn man nicht so ein Scheißversampf hat wie ich gerade Was soll die Kacke, ey Ich hab's geschafft, aber ich lag auf dem Dach Und ich bin gegen diesen blöden Checkpoint geknallt Ich hab gerade so einen Lauf gehabt, ey Endlich bin ich da gut reingekommen in den Jump Ich fahr jetzt erstmal die Strecke zu Ende, dass ich sie mir einmal angucken kann Oh, das ist die Strecke Oh, ja Ich erinnere mich, ich erinnere mich Ja, das war auch wieder scheiße Da darf ich nämlich, oh man Wenn da nicht dran denkst, fliegst du auch erstmal aus dem Universum Wenn du weißt, welche Stelle ich mein Vermutlich noch nicht, ne Aber du hast nämlich noch nicht so geschrieben Ui, oh, der war gut, der war gut Ich bin neunter Neunter? Elfter, shit Oh, fuck Verbremst, nein Elfter, ach man 13 Ich geh zwar auch back up hier Zehnter Ich hätte besser sein können, wenn ich jetzt gerade die eine Kurve nicht verkackt hätte Ich hab gerade echt gut Speed drauf Schaff ich das? Nein Oh, da war ich zu langsam 13 13 Ui, war das knapp Uuuu, nochmal zwei Sekunden plus gemacht, geil Oh nein, so verdammt, so verdammt Ach, die Zeit war so gut gerade Könnte ich kotzen Könnte ich kotzen Könnte ich kotzen Könnte ich gerade kotzen, ey Ah Ah Ich weiß nicht nochmal Aber 15 da wenigstens Ich war elfter, jetzt bin ich 26 Ja, ich bin 15 da Auf geht's, nächste Map, bitte Ich hab keinen Bock mehr Ja Gut nächste web neues neue runde neues glück wow das bild zieht jetzt schon mal hammer aus das wird spaßig das wird spaßig das wird geil und schon angeeckt und schon angeeckt egal ich war jetzt immer zu ende ich will wissen wie die map aussieht und dann kann ich auf zeit fahren sand noch ja siebter schon mal gut aus wenn ich jetzt noch schafft ohne 500 mal anzuecken das ganze durchzuziehen kriege ich vielleicht auch eine bessere zeit noch hier wird es auch wieder um hundertstel gehen wenn ich sogar um zehntel nachher bei der streng lecke ich habe zwei sekunden plus meine zeit und bin 15 ich habe doch gerade zwei sekunden plus auf meine zeit gefahren das verstehe ich jetzt nicht bei 17 da war wieder 17 das den sandteil hier nicht immer so verkacken bis durch ziel das zweite mal ja ich auch ich will da platz ist ich hatte die sekunde plus drauf verkacktes todes verkackt einer meiner letzten versuche um wenigstens noch einen guten platz zu machen ach verdammt könnte kotzen falls noch eine gute zeit verdammte scheiße oder wollte ich das schwer sein das hat keine gute zeit so wie ich jetzt wieder scheiße auf dem ding zusammen fahr auf sand na ich habe noch hundertstel plus aber leck mich auf dem hundertstel plus ich könnte noch was werden na komm 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 ja von 30 30 24 besser habe ich jetzt nicht hingekriegt haben wir noch eine strecke in der was das für heute ich bin das war glaubt jetzt kann er hoch und kommt vor dem fall oder wie war das einmal erster gemacht und haben verkacken auch gott die strecke um auf und Das war's für heute. Der Speed am Anfang ist echt böse. Man merkt halt gleich, welche Spieler die Schrecken schon mal gespielt haben. Gerade in den Kurvenfahrten. Ach, Mann, oh, ich hab bremsen sollen. Ich glaub, wo der Wein weiß, was ich mein mit bremsen sollen. Bist du an der Stelle schon gewesen? Weiß ich nicht. Mit der Steilwand? Ich hab mich grad durch, ohne Probleme. Nicht in Jump, die Steilwand. Ja, kurz vorm Ende, ne? Oder wo? Ja. Ja, da bin ich durch. Ich bin 10. Fuck you. Das ist mit dem Erfolg, Mann. Wie vieler bist du? 13er. 5. Weck mich. 6, Entschuldigung. Boah, ich hab einen massiven Fehler gemacht. Der wäre? Ich hab angefangen, mit dir zu zocken. Nee. Ich wollte es gleich dir aber auch sagen, bloß im Sinne, du hast angefangen, mit mir zu zocken. Nee, ich bin falsch abgebogen. Ich hab mich auf Steam nicht auf offline gestellt. Wir schreiben die ganze Zeit um welche Leute. Jo. Weg ab. Was, bergab? 25. Achter. Dafür, dass ich zweimal angeeckt bin. Oh, der war scheiße. Der war richtig scheiße grad. Wenn ich das anecken bleiben lassen, würde ich, würde ich gerade bessere Zeiten rausfahren. Bis beim Sand verkack ich es immer mal wieder. Sand ist mein Todfeind. Wobei, lieber Sand als Eis. Oh ja, oh, die Kurve war quasi gerade fast perfekt, weil eine Sekunde plus im Checkpoint drin ist. Alter, ich hab nicht so viel bremsen sollen. Ich hatte eine Sekunde plus und hab durch Bremserei gerade am Schluss mir so richtig mal eine Zeit versaut. Ach, Schnauze. Welcher Platz bist du? Kein Kommentar. Nein, ich meine es auch nicht berühmlich mit zwanzigster, aber... Na gut, 19 mehr, ne? Ja, wenigstens die vor dir, ne? Na ja. Und angeeckt, scheiße, aber ich bin so abgeprallt, dass ich eventuell ein Plus drin habe. Ja. Zweihundertstel. Ach, du heiliger, ich bin viel zu schnell. Nee, Sekunde vor, eine Sekunde vierhundertstel bin ich vorgekommen. Ich bin noch auf Platz 14 gekommen. Na komm, lenke mich. 14. Ja. Alle 30, nein, gut. So. Yay. Dann sag ich mal, ist soweit Tschüss für heute und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.